Die Juni-Highlights auf Gute Laune TV. Musikgenuss in XL-Format. Dafür stehen Big Soul. Von X-Faktor zu mittendrin das aktuelle Schlagermagazin. Moderatorin Marina Koller begrüßt am 8. Juni um 20 Uhr Big Soul zum Interview. Der Startschuss zur Fußball-EM 2012 fällt bei Gute Laune TV. Wir bringen Sie vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft mit den besten Fußball-Hits in die richtige Stimmung. Das Schlager XXL-Spezial am 9. Juni um 19 Uhr. In den Klick-Hits werden Sie zum Programmchef. Wählen Sie unter www.gute-laune-tv.de Ihre liebsten 80er-Hits. Die Top 20 sehen Sie am 14. Juni um 20 Uhr. Kabine um. Schau, schau, der Kommissar geht um. Kein bisschen zu keinem. In Ihren Adern fließt ungarisches Blut. Schlagerhoffnung Laura Wilde entführt Sie auf eine wundervolle Reise in Ihre Heimat. Erleben Sie das große Spezial über diese faszinierende Künstlerin am 21. Juni um 20 Uhr. Ich geh für Dich bis ans Ende der Welt. Alles aus Liebe. Ihr Bauch bleibt wieder gut. So lässt du ihn und steh'n. Er ist das erste S von STS. Gerd Steinbecker gibt bei B-Treff Stars Talk News eines seiner sehr seltenen Interviews. Erleben Sie das intime Gespräch mit dem österreichischen Ausnahmemusiker am 28. Juni um 20 Uhr. Die Juni-Highlights auf Gute Laune TV Die Juni-Highlights auf Gute Laune TV